Heute ist das Fest des Apostels Thomas. Die Frommen sagen über ihn, das war doch ein Zweifler. Aber ich glaube das nicht. Thomas war jemand, der offen und ehrlich die Fragen aussprach, die wir alle haben. Ob das denn alles stimmt mit der Auferstehung? Ob es wirklich möglich ist, anders zu leben? Ob wir nach dem Tod tatsächlich zu Gott kommen? Thomas war einer, der nicht nur vom Hörensagen glauben wollte, sondern der eigene Erfahrungen suchte. Der wollte was Handgreifliches erleben. Der brauchte was mit Pack an. Und das finde ich sympathisch. Besonders sympathisch ist, dass Jesus gerade dem begegnet und ihm Antwort gibt. Jesus hat ihn allerdings nicht zu Hause im Wohnzimmer aufgesucht. Er begegnet dem Thomas, als der sich mit den anderen Aposteln trifft. Wäre Thomas zu keinem Treffen der Apostel mehr hingegangen, hätte er auch keine Antworten gefunden. Mir zeigt das, dass die Gemeinschaft der Glaubenden gerade dann wichtig ist, wenn man viele Fragen hat und manches bezweifelt. Im Nachtgebet bete ich darum für alle, die unsicher sind in ihrem Glauben, dass sie Antworten auf ihre guten Fragen finden. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar. Ach und übrigens, ich als Weihbischof brauche auch mal Urlaub. Darum siehst du in den nächsten Wochen im Sommer Wiederholungen. Videos, die das DOMRADIO von mir schon einmal gesendet hat. Ich wünsche dir dabei viel Freude und schöne Ferien. Dann holen wir auf acht und bis zum nächsten Wochen. Bis zum nächsten Mal.